hallo und willkommen zu einer neuen folge in transport fever wie man hier eben erkennen konnte warten beide züge schon recht lange bzw sie warten sagen wir mal so lieber sie müssen warten weil auf den gleisen inzwischen vier züge fahren sprich ich habe einen neuen zug für die lebensmittellinie gekauft da befinden sich als also eine weitere zwei drauf und beide fahren auch schon anständig voll mit müssten also auch bald von der kapazität erhöht werden so jetzt ist allerdings das problem aufgetreten wie gesagt dass die züge alle warten müssen so dass ich ganz gern die gleise ein wenig verändern würde abgesehen davon würden sowieso probleme auftreten denn der abstand zwischen den beiden bahnhöfen ist zu gering also hier würde alle höchstens ein zug von 120 meter reinpassen wie man das sieht also ist viel zu kurz sprich ich würde ganz gerne diesen bahnhof weiter nach hinten verlegen ungefähr hier hinten hin dass hier ohne schwierigkeiten später ein zug von 320 meter länge reinpassen kann und auf der anderen seite sieht das noch schlimmer aus ich gehe mal hier hinten hin hier das scheint der abstand zumindest noch kleiner zu sein also müsste dieser bahnhof auch weiter nach hinten verlegt werden ja und dann würde ich hier auch gerne vier weitere gleise mit anschließen so dass hier alles vierbar nicht dann läuft ja das ist heute das ziel mal schauen wie es läuft gewinn wird eingefahren hier werden 600 600 ungefähr 500.000 gewinn eingefahren und im unteren bereich dürften jetzt mehr sein denn ich habe hier ein zweige waggons dazu zugefügt noch weil mit 48 wurden immer voll jetzt hat der eine 64 und 56 so okay dann fange ich mal mit den gleisen hier zwischen mal an denn hier werden einfach nur zwei gleise hinzugefügt so und zwar wie folgt also als erstes würde ich den ganz gerne ein wenig annähern moment so ein wenig näher ran wenn das irgendwie machbar ist okay lassen wir es mal so möglichst gerade wir wollen auch auf geschwindigkeit kommen so dann kommt hier wieder eine weiche rein vielleicht ein bisschen weiter noch so okay dasselbe das war nix ein wenig ordentlicher sollte es schon sein so okay und das signal kann auch schon mal rein dann geht es weiter so also da sind wir dran der andere wird nachgeführt und jetzt geht das ganze weiter einmal hier hinten ran so ja sehr schön und den ganzen wieder zurück wo ist er da ist er okay so dann kommt hier ebenfalls eine weiche rein so okay und dasselbe da vorne so ja eigentlich brauche ich noch kein signal machen das ist eigentlich ziemlich dämlich gewesen von mir ich möchte ganz gern noch hier mit rüber gehen wer weiß was später so kommt so einmal nach da ja ja ich weiß ich habe hier den auto ersatz ausgestellt weil die mir ständig das geld weggenommen haben das wollte ich nicht mehr so jetzt mal gucken ob wir noch hier rüber kommen ja das geht auch sehr schön so habe ich hier ja das machen wir auf ja und jetzt kommt hier das signal hin zwar hier vorne ähm moment gut dann würde er nämlich auch hier später von hier aus ohne schwierigkeiten auf das glas kommen da ist das gleiche wobei er fährt aber hier lang und dann fährt er hier hin wieder auf das glas rauf ist ja egal sooo das hätten wir dann auf der anderen seite müsste ich das gleiche nochmal machen für den äh für das andere gleis was hier raus fährt wobei stopp das fährt ja gar nicht da raus ist das notwendig dass ich das mache ähm könnte ich mir eigentlich sparen es sei denn ich möchte hier das durchfahrtsgleis irgendwie noch mit nutzen dann würde es sinn machen ich sag mal wir machen es mal mit rein schaden kannst du nicht sooo das heißt einmal hier rüber moment wo ist er einmal da okay und einmal da so und damit kommt das signal nicht da hinten hin sondern hier das mache ich wieder weg sooo okay das hätte ich dann schon mal und jetzt könnten wir das gleiche mal auf dieser seite machen einmal annähern bitte moment etwas näher vielleicht geht es dann besser naja ok das sieht ganz gut aus so und jetzt einmal durchziehen ok da da wollen wir ran das sieht gut aus und zurück wo ist er wo ist er da und ran sooo ok dann kommt hier wieder die weiche hin das gleiche spiel werde bei der anderen einmal da und einmal da gehe ich hier ebenfalls einmal rüber so einmal da und einmal da und da machen wir auf ja und das signal nicht vergessen das ist dieses hier kommt da ran und dann auf der anderen seite dasselbe spiel und hier machen wir auch die verbindung einmal rüber wo ist er na wo ist er so ok und da ebenfalls rauf das machen wir hier auch auf ja und das signal nicht vergessen so ok ja hier sieht man dass die müssen warten das würde ich ganz gerne vermeiden zumal hier auf dieser linie wahrscheinlich noch mehr güter zugefahren werden sehr wahrscheinlich hier auf der anderen linie vielleicht nicht wird sich zeigen mal schauen sooo das passt soweit erstmal dann moment wieviel geld habe ich naja gut hat sich nichts geändert lasse ich den nochmal durchfahren ja gut dann verdient der weg nochmal geld da wird sich sowieso gleich alles ändern weil ich die linie vermutlich neu anlegen muss sprich sprich die werden da vorne die ganzen güter verlieren wahrscheinlich wenn ich die linie lösche so wer ist er der bleibt da hinten gut ok dann machen wir mal pause oh ich habe gerade gut geld sehr schön also weg damit jawoll wir wollen abreißen so und dann einen neuen bahnhof der war mit vier gleisen 320 meter und wir hatten eigentlich die letzte ähm die letzten die zwei durchgangsgleise hatten das würde ich ganz gerne jetzt ändern auf die zwei ersten so ich denke mal dass es günstiger ist ähm moment ich muss einmal drehen so also so und zwar also der ist 320 meter lang der nächste bahnhof endet da ein wenig oberhalb der brote so wenn ich den gleichen abstand haben möchte der wäre ungefähr hier gut hier kommen noch ein paar weichen rein dann sag ich mal hier hinten irgendwo ähm komm gehen wir noch sicherheitshalber noch ein kleines Stück weiter hm so da mach ich hin oha das ist eine ganz schöne strecke so mal schauen ob das dann reicht so das erstmal neu ran dann kommt hier ein weiteres beziehungsweise ein ersatz eine ersatzstation ran und ähm halt stopp die würde ich ganz gerne anders abreißen ohne die linie kaputt zu machen das heißt wir hatten nach der 1 Moment nach der 1 wähle ich mal den hier aus und dann schmeiße ich die 1 wieder raus so jetzt passt das und jetzt kann das die station auch weg jawohl weg damit so jetzt sind das die durchfandgleise und hier haben wir die restlichen naja hab ich hier 5 gewählt wie glaub ich denn halt gut dass die bestätigung da ist das wäre gleich mal schief gegangen ahja ich hab 5 gewählt naja egal was solls so dann halt den nicht den wollen wir haben darüber da ran ist das richtig ja das ist korrekt das gleiche da vorne so jetzt kommen die wieder wie folgt ran einmal nach da einmal nach da und einmal nach da na wird das noch was heute hallo hallo was soll das lass mich veralbern da jetzt hat das so ok so das mach ich wieder auf ja beides ok und jetzt kommen die neuen gleise dazu na ich seh seh nix so die neuen gleise dazu etwas so ich mach das mal so und so jetzt mal schauen ob ich hier die weiche hinbekommen wenn nicht müssen die glase wieder weg dann müssen sie etwas gerade reinges eingesetzt werden mal schauen doch das wird das wird ein bisschen langsam über 50 will ich schon kommen also nochmal kurz weg möglichst schnell da jetzt sind wir über 50 und das passt auch noch gut sehr schön so jetzt moment hier hinten die alten gleise müssen natürlich weichen die braucht kein mensch mehr so und diese naja kann ich wieder nicht abreißen war ja klar moment so ok das geht schon mal weg moment werde ich vermutlich das auch noch wegreißen müssen so moment ich würde ganz gerne mich da wieder anlegen da bin ich dran und da auch können wir gleich mal die weiche hier machen so auf der anderen seite muss auch noch eine weiche kommen die haben beide noch keine war damals auch nie notwendig einmal da und einmal da steigen zu groß ach guck mal an lange nicht mehr gehabt so ich habe es auch nicht vermisst ja komm über 50 na was soll das denn hier so schauen wir nochmal ob das geht Mist welche steigung meint der denn da überhaupt so mach ich es dann weg machen wir das nochmal moment einmal kurz so bisschen glatt machen da habe ich was vergessen dann nochmal nochmal ok dasselbe hier und jetzt probieren wir das nochmal einmal da und einmal jetzt gehts gut ja besser spät als nie so das kommt weg dann ziehen wir unsere Gleise wieder da ran so und so und jetzt gehts wieder hier rüber einmal nach da krümmung zu groß so na krümmung zu groß noch ein stück mehr dann happen so ok und dasselbe zurück ok und auf der anderen seite das gleiche der fährt noch da der fährt noch da und muss da rüber noch ein stückchen ein stückchen noch da ok und ja ich bin hier richtig ich bin hier falsch oder beide fahren so wie der falschen Gleis wo nämlich hier um das nicht geht da habe ich mal einen Fehler gemacht so dann machen wir uns von so von hier aus noch nichts machen ok also einmal nach da noch ein stück kleines so das reicht mir hier und das gleiche auf dieser seite wie kein geld da haben wir alles aufgebraucht gut machen wir es halt so dann ohja mir passt es ja wieder so ok halt Moment erstmal mach ich den mal auf hier den mal irgendwo auf hier so so jetzt kommt das signal noch hier rein ok dann kommt hier ein signal rein einmal nach da und hier auch so das gleiche muss ich da hinten natürlich auch noch machen ähm er kommt von da Moment ähm da ok 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 so ist richtig so das passt alles hier prüft es auch nochmal kurz das mache ich mal an das mache ich auch mal an ok block signal kann ich hier keine setzen dafür ist es dann doch zu kurz aber hier das muss ich auch weil ich das nachher für meine linie brauche einmal da und dann wo habe ich das noch kann ich hier noch einen rein setzen ja hier vorne könnte ich hier noch einen rein setzen das müsste eigentlich immer noch reichen von der länge für die züge so ok das passt auch hier ja den würde ich hier ganz hinten anders setzen ähm ein stückchen weiter nach vorne wobei wobei den setze ich hier hinten so den kriegt er auf der einen Seite auch und hier kriegen sie auch beide auf der nach da und nach da so äh den mache ich später na eigentlich müsste ich ihn gleich machen aber ich habe kein Geld mehr wir machen erstmal den oder machen wir den nicht komm wir machen beide gleich so was solls kommt er halt weg jup abreißen so das gleiche Plusbahnhof jetzt nehmen wir nur noch 4 Gleise ich brauche eigentlich keine 5 ähm einmal drehen so so dann ein wenig länger so dann ein wenig länger hm so ahja kriege ich halt weg klar muss ich das halt nochmal hallo nochmal aufnehmen so ok so und den setze ich da hin dann kommt zuerst mal das diese die Linie toll die passt nicht ran hallo ich hasse muss man immer dichter rangehen gut ich könnte da ne da will ich nicht ran ok und jetzt nach da so geht doch warum nicht gleich so so die neue Haltestelle für den Lkw ok dann brauche ich einmal die Linie die geht von der 1 nach da und dann fliegt die 1 raus so ok jetzt machen wir hinten mal die Gleise weg die wir nicht mehr brauchen weg damit weg damit weg damit weg damit und weg damit weg damit halt da wollte ich hin so ok die kommen wieder heran so na na so ok dann einmal darüber ja passt dann einmal nach darüber so mache ich wieder das an ok dann habe ich hier die Gleise gleich ich hasse es wenn das nicht richtig läuft so probieren wir es mal ob das so geht ich befürchte dass es ein bisschen zu schräg ist mal schauen einmal rüber so einmal nach da und oh machts ok solange das macht es mir sei alles egal so dann nach da wo ist es ich sehe nur noch wald und zurück halt so weit da waren wir hin so ok jetzt kommen da auch wieder die weichen rein ok und moment habe ich jetzt auf die geschwindigkeit natürlich nicht drauf geachtet klar wie kann es auch anders sein so etwas mehr da haben wir 50 das reicht wieso macht er jetzt hier nur 49 na gut dann halt nicht wenn es nicht geht dann geht es nicht so bam bam fall im gleichen also muss ich hier rüber noch ein stück so moment so da kommt er hin und der kommt halt irgendwo ist es da da geht dahin so dann kommt hier wieder ein signal hin einmal nach da und einmal nach da ok moment geh weg da so denn dahin habe ich hier noch ein ne das war der einzige ne so jetzt die andere seite da brauche ich die gleise zuerst die und die von wieder in der gleichen richtung so ok und der auch dran so halt falsches signal wir wollen hier rangehen und moment ist er richtig ja ne ja der ist richtig ok so jetzt haben wir fast erreicht ok so jetzt fehlt mir noch die linie also erstmal schauen wir uns mal die linien an die werden wahrscheinlich alle nicht mehr funktionieren die gelbe ist noch da klar die habe ich auch nicht großartig angetatscht aber die lebensmittellinie ist komplett weg also lebensmittellinie so dann mal komplett löschen jawohl so jetzt geht's los und zwar starten wir hier damit gehen wir zuerst nach da und dann gehen wir zum anderen bahnhof also wir wollen dass du hier rauf gehst und zwar auf gleis moment welches gleis haben wir denn hier gleis 5 möchte ich ganz gerne so ok das hätten wir schon mal jetzt soll er auf diese linie also auf diesen beiden gleisen bleiben das heißt einmal werden wir hier auf eben das signal geben so hier kann er kann nichts mehr wechseln da gebe ich ihm mal noch das signal stopp hier fährt er nur durch da soll er allerdings wo soll er nicht durchfahren fährt er da oder da ist eigentlich egal wenn dann fährt er hier durch so da kriegt er das signal dann fährt er hier weiter da habe ich kein signal hier habe ich wieder eins auf das und endet hier hier so bis dahin hätten wir es schon mal jetzt geht es zurück und zwar von der 6 die brauche ich nicht ändern ist klar die haben wir so jetzt geht es auf das signal dann fährt er hier wieder durch da soll er allerdings nicht das andere gleis nutzen also gebe ich ihm hier mal einen punkt den er nehmen soll und zwar und den halt den hätte ich ihm vorher auch geben sollen äh war unkleber von mir das war jetzt ein bisschen dämlich so dem moment habe ich ihm den schon gegeben moment den müsste ich also nachher nochmal einfügen so achso den habe ich ihm hier schon gegeben wegpunkt 2 ja moment so wie sehe ich denn nicht achso jetzt sehe ich ihn okay dann müsste ich ihm hier nach der achso ich habe ihm hier die 4 gegeben okay dann machen wir den weg und bleiben auf dem gleis so so ist korrekt okay das geht jetzt fahren wir hier wieder rauf so und wollen hier auch wieder rauf allerdings auf gleis 5 so jetzt zeigt er nichts mehr an weil die äh haltestelle praktisch doppelt belegt wurde deswegen zeigt er sie erst wieder an wenn ich hier hinten ankomme ist also ganz normal so wir bleiben jetzt wieder hier auf der seite geben ihm das signal na wo bist du hallo so ok dann da da kann sich eh nichts ändern da kriegt er von mir das nochmal kann sich zwar auch nicht ändern aber egal so dann soll er hier wieder durchfahren mal gucken ob er es alleine macht oder später was geben mal sehen hier passt es wieder und hier wollen wir auf das gleis rauf so wieso eigentlich müsste mir das anzeigen wieso zeigt er mir das jetzt nicht an hm das ist etwas seltsam Moment äh zwei miteinander aufgeführt ne ist korrekt welch habe ich denn hier zwei miteinander Moment mach ich mal den is but not Punkt 7 ach der hat sich hier verrutscht äh Moment klar so da muss er hin hier habe ich irgendwas gerade der hat sich hier verrutscht im Moment toll schön danke auch so das machen wir mal alles wieder weg hä ist denn hier alles weg jetzt oder was das muss hier irgendwie verrutscht gewesen sein gerade eigentlich passt es eigentlich passt es also 1 2 3 4 5 so von der 5 wollen wir hier auf das rauf das wollen wir nicht rauf das wollen wir nicht rauf das wollen wir hier hin dann fahren wir wieder hier hin fahren da hin fahren wieder hier rauf wo ich den Fehler achso klar war doch alles richtig so bin auch schon verwirrt hier dann da rauf so dann fahren wir hier durch und enden hier so ok jetzt hat er es gemacht allerdings möchte ich hier ganz gerne ein anderes Gleis haben ähm gut er könnte natürlich das Gleis nehmen naja lass ich mir das Gleis mal da so jetzt schaue ich mir das hier mal an hier fährt er wieder mal falsch das soll er nicht machen also brauche er laut noch einen kleinen Wegpunkt kann ich den hier noch hin tun da da nehmen wir den hier so das ist da hinten die 11 die 11 kriegt er den so und von Wiesbaden kommend also von dem kommend kriegt er den hier auch nochmal von mir äh äh wieso nennt er denn das nicht konnte nicht alle miteinander verbinden oh der hat sich schon wieder der hat sich schon wieder verrutscht hier ja Moment ja hier das passiert das meine ich wenn man hier drauf pisst und dann verrutscht sich alles toll toll so also von der 13 nach da furchtbar und dann nach da jetzt passt es auch ok nochmal einmal kontrollieren hier fährt er richtig fährt hier wieder einzeln geht wieder hier auf 2 bahn korrekt hier macht er es falsch da da möchte ich ganz gerne Moment hier mach ich weg dass die 10 ebenfalls auf Terminal 5 landet so ok das funktioniert so jetzt macht das schwer da achso er zeigt mir die unterschiedlichen an deshalb verrutscht er ahja ok gut das stimmt aber hier auf 2 passt so hier geht er wieder auf eine rauf hier wieder auf 2 und hier endet es wieder perfekt so stellt mir das vor so jetzt kann er eigentlich auch nirgendwo anders mehr hin hier steht das wirklich alles drauf und damit dürfte das alles jetzt wieder laufen also so los geht's wahrscheinlich fahren somit noch alle ein bisschen falsch gehe ich mal fest von aus so ja der ist natürlich auf dem falschen Gleis aber das dürfte sich eigentlich gleich ändern denn hier haben wir die Überfahrt nach da da sollte er jetzt auf das richtige Gleis fahren macht er nicht ok das wundert mich dann doch etwas achso ok den hatte ich nicht an das mag schon ein Grund gewesen sein so warte auf freie Wege ja hier bist du natürlich auch falsch klar mal schauen wo ist der andere ähm den habe ich gerade und das ist der andere so wo ist der der fährt jetzt aufs richtige Gleis das ist super machen wir mal mit an ok das klappt schon mal und der andere kommt ihm jetzt entgegen der fährt jetzt auch aufs richtige Gleis klasse das läuft also gut ich würde sagen damit verabschiede ich mich ich hoffe wir sehen uns wieder bis zum nächsten mal ciao kleiner kleiner Rest am Rande noch ich habe hier gesehen die Straße ist zu Ende das werde ich gleich nochmal alleine machen also dann bis zum nächsten Mal tschüss Bis zum nächsten Mal.